Hoffentlich kein blaues. 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 Nein, bisschen weiter, bisschen weiter, bisschen weiter. Oh Gott. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einem neuen Video bei mir. Ja, ich bin der Phil. Jetzt hat es schon länger kein Video mehr gegeben. Und darum habe ich mir gedacht, ja, jetzt fangst du wieder mal an. Eigentlich habe ich recht Spaß dran, nur manchmal ist es halt wirklich mit der Zeit, dass ich halt einfach keine Zeit habe. So, und jetzt als Anfang habe ich mir gleich mal überlegt, ob ich nicht gleich ein Case Opening machen könnte. Ja, wie habe ich mir das vorgestellt? Ganz einfach, ich öffne drei Kisten pro Folge. Und mit jedem gezogenen Skin mache ich dann oder gehe ich in einen Deathmatch Kampf und versuche 25 oder, ne, machen wir 20 Kills pro Skin. Also so mehr oder weniger als Bestrafung, falls ich nichts Gutes ziehe. Keine Ahnung. Also irgendwas so in die Richtung habe ich mir vorgestellt. Und ja, dann würde ich sagen, öffnen wir gleich mal die erste Kiste und das ist ne Shadow Case. Ähm, die sind zur Zeit relativ teuer, unter Anführungszeichen. Ähm, das teurer sind eher die Keys mit knappen 2,50 pro Key, was ich ehrlich gesagt heftig finde. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo wir für die Kisten knapp einen Euro bezahlt haben. Aber, naja. So, jetzt probieren wir es gleich mit der ersten Kiste aus. Was, was uns da erwartet, am coolsten wäre ja, wenn wir die Shadow Dagger bekommen würden. Oder die USP. Auf jedenfalls möchte ich keine M249 haben. Ähm, die sieht meiner Meinung aus wie aus dem Zirkus ausgebrochen. So, dann starten wir das ganze Ding einmal und sehen, was wir bekommen. Oh. Äh, noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Oh man. Oh Gott. So, das ist jetzt die Mag7. Die Kobalt Core. war erster kill Häh! Ha, der zählt. Bam! Bam, bitches. Da muss doch irgendwo einer sein. Oh, shit. Was? 99! Bam! So wird's gemacht. Okay, ist einfach weg. Bam! Headshot, bitch! Bam! Nachleiden. Okay, messen. Bam! Der zählt aber jetzt. Der zählt aber jetzt 5. Bam! Shot. Da. Headshot. Voll ins Knie. Headshot. Bam! So. 4 Kills noch. Bam! Haha! 3 Kills noch. Bam, badam, bam, bam. Ja, normalerweise. Also, AUG oder SG. Und manchmal auch, ähm, mit AWP. Und, äh, geht das recht gut. Bam! Headshot. Äh... Bam! Nochmals. bereit ist! Also, so langen strecken waffen. Da bin ich mehr oder weniger richtiger Fan davon. so nahkampf ausgenommen von der die die auch range geht nicht so ein fan ja wohl aber sonst finde ich ein recht cool ich bin ja gerade am erklären in zwei hits zählt nicht so machen wir noch der letzte nein nicht der letzte da jetzt kommt der letzte mit ansage mit ansage ich sag's euch das war schon mit der ersten waffe ja dann machen wir gleich mal das nächste pack auf so die erste kiste hat uns eine mac 7 kobold core in einem ziemlich schlechten zustand gebracht ja mal schauen was es uns bringt diese kiste und go und cool aber schaut gut aus so da haben wir schon die neue mac 7 und zwar die star trek und ich werde hier übelst zerfickt man okay BAM! So! BAM! 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 Surprise, motherfucker! Ich dachte... BAM! Hedger! Nein, nein! BAM! So, jetzt bin ich dann mal fertig mit dem ganzen... Alter! Und jetzt bekommt sicher irgendeinen anderen Assist. Kennen wir schon. Ja, genau! BAM! Das ist meiner! BAM! Headshot, bitch! BAM! Headshot! BAM! Es kann nur einem gehen! Ich bin der Highlander! So schau das aus! Bitte nicht killen! Nein! Ha! Nicht mit mir! Dippen! Oh! So weg! Ha ha! Oh scheiße! Mann! Zwei Assists! Hör auf mir nachzulaufen! BAM! Auf Range! Oh! Nicht sehr French! Oh! Nicht sehr French! Ich hasse die Mechse! BAM! Zwei Kills to go! So! So der letzte wartet auf mich um diese Ecke! BAM! Fertig! So! Den jetzt auf mich! BAM! Wett! So! Als letzte Kiste würde ich gerne die Chroma-Kiste aufmachen! Und zwar die normale Kiste! Was ich mir erwarte, oder was ich für das Kind cool finde, wäre... Auf jeden Fall ist mal die M4 A4! Die AWP! Manowar! Die Galil! Und ja, klar! Das Messer! Mal schauen, was sie bringt! Hoffentlich kein Blaues! 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 Nein! Bisschen weiter! Bisschen weiter! Oh Gott! So! Wir sind zurück mit der Skar 20 Ghetto! Äh Grotto! Hoppla! Mal schauen, wie schnell wir da jetzt die 20 Kills bekommen! Bam! Erster! Bam! Headshot! So seht ihr da aus! Ja, richtig schön auf dem Body-Ziel! Mann! Hinten! Hinten! Um die Ecke! Free 60! Anvisieren! Schießen! Oh, keiner da! Free 60! Bam! Mit Free 60! Scheiße! Bam! Headshot! No Scoop! Bam! Oh shit! Bam! Bam! Zwei Kills für einen Tod! Klar! Fuck! Let's go! Bam! Da! Eh! Fah! Am. Cool! So! He! Am. Maximum. Einfach drauf halten. Ist die beste Taktik. Bam. Double Kill. Ich fühle mich jetzt irgendwie wieder low hatte. Bam. Das war der 20. Kill. Bam. Ähm, ja. Dann sage ich. Vielen Dank. Vielen Dank für die wunderbaren Skins. Nicht. Jetzt schaue ich, dass ihr euch öfters und regelmäßig mal Videos hochbekommen habt. Ähm. Denn es macht mir eigentlich sehr viel Spaß, ähm, ja, Gutes zu produzieren, ähm, zu spielen und, ja, meine, ähm, wenn es das irgendwie ausgeht, dann versuche ich, so viele Videos wie möglich hochzuladen. Ähm, ja, ich werde das jetzt irgendwie nicht so erzwingen, ähm, so dass mir halt nicht, äh, Spaß verloren geht. Ähm, ja. Weil ihr werdet es eh sehen, wenn ich ein Video hochlade. Ich schaue, dass ich so, ja, zwei Videos pro Woche hochlade. Ähm, vielleicht auch mehr, je nachdem, ähm, wie ich Lust habe. Ähm, ja. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Das erste danke fürs Video anschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nichts, schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, einfach abonnieren, so erscheinen die Videos in eurer Abo-Box. Also, man sieht sich. Ciao. Ciao.